Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hier präsidiere ich dir mal so ein paar Highlights. Ich habe Videos von 8.8. bis 18.8. mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und hinterlasse mal einen Kommentar, was davon helst. Wo ist denn der? Entschuldigung, könnt ihr bitte mal rauskommen. Die glauben wir nicht, dass ihr hier drin seid. Bitte kommt raus, bitte. Die machen bestimmt Verstecken mit dir. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ich habe ein Beweis Video. Danke. Zur Not haben wir aber auch einen Slang. Ich halte den immer bereit. Du hast auch einen. Ich habe keinen. Das habe ich dir gestern schon gesagt. Du hast keinen. Nein. Es reicht doch, wenn wir das machen. Habt ihr alle gehört? Er hat keinen. Stun! Wem habe ich denn die Jacke? Wem habe ich die Bärs? Bärs, habe ich dir die Jacke gegeben vor? Ich habe einen Stun, ja. Du hast einen Stun. Okay, sehr gut. Ich halte dich. Ich halte dich auch hoch. Ich halte dich auch. Das ist mein Kuder und war wirklich. So, jetzt. Immer schön im Stun halten. Ich versuch's zu heilen. Ja, mach mal. Jetzt behal ich aber. Ja, jetzt kannst du. Alles gut. Jetzt haben wir Zeit. Alles gut. Okay, gut. Immer schön im Stun halten. Ja, ich habe sie beide. Ich habe sie beide. Jo. Du musst dir aber schon warten. Ja, schon. So ein bisschen schon. Ganz ruhig, so. Bin down. Ja, ich wollte dich warte. Ja, ja. Bin's auch gleich down. Oh, scheiße, ja. Warte, ich halte dich. Das war richtig. Jetzt guck mal, guck mal. Ich hab dich nackig gemacht. Guck mal. Wie geil. Ich hab dich nackig gemacht. Er hat sich nackig gemacht. Ist das geil. Oh, das war richtig. Jetzt guck mal. Ich hab dich nackig gemacht. Guck mal. Wie geil. Ich hab sie nackig gemacht, ey. Er hat sie nackig gemacht. Ist das geil. Oh, der ist ja auch. Danke. Ich hab's auf Video. Alles gut. Oh, Schande. Oh, Schande. Im Rest steht man hier wahrscheinlich. Komisch, ey. Ich stand nackig da und hab versucht, den Chef wieder hochzukriegen. Hast den Chef versucht, ihn hochzukriegen. Das klingt gut, ja. Andrea, bitte. Das geht immer automatisch näher ran, ey. Das ist geil. Können wir von oben schön sehen. Okay, Feuer. Ja, aber die sind doch so schön kuschelig. So, du bist nah dran. Du bist nah dran. Geh schon weg, ich geh schon weg. So ist gut, so ist gut. Du hast Subotaya schossen, Argon. Und so holt die blöde Kuh ihren Schild nicht raus, ey. Das gibt's noch nicht. Oh, wer liegt denn da? Ich mach schon. Ich mach schon. Ach, der Chef ist okay. Mitten, mit ein Küsschen auf die Wange. Willst, Schweinchen, 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 Schweinchen. Kommt her. Wolle. Toll, mein Inventar ist schon wieder voll. Meins auch. Scheiße. Holz brauche ich nicht. Hast du den Klee hinter mir mitgenommen, Chef? Du wirst doch hier gerade irgendwo rumgesprungen hinter mir. Wir haben die Schweine bekämpft, er hat Klee gefahren. Ja. Oh, Kotten. Kotten, 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 Kotten. Ach, das war er. Warte, ich muss mal kurz ausmisten. Ich hebe mir meine gute, fette Wurst auf für später. Häschen. Ich hab hier irgendwo ein Häschen. Irgendwo hab ich gerade ein Häschen gesehen. Nee, jetzt ist es weg. Habt ihr hier auch Grafikfehler auf dem Weg? Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Du bist jetzt der Beauftragte. Du sammelst auf, Bärs. Du kriegst die guten Sachen. Danke. Das war echt nicht schlecht. Die haben sich sogar zwei Brücken übers Wasser gebaut. Ich bin fast versucht, das auszuprobieren. Das Wasser sieht sehr von aufs Dauert. Hihaha. Los. Alter. Jo. Muss nur weit springen. Ja, das funktioniert bei mir wahrscheinlich wieder nicht. Doch, funktioniert. Okay. Ich bin drüben. Ah, musste mit Video aufnehmen. Scheiße, hab ich vergessen. Oh, guck mal, der Mantel, wie der sich aufklärt vom Chef. Wie so ein Zürbelfisch. Und dritte von rechts unten. Das sind ja die gelben. Achso. Und die normalen sind nicht oben drüber? Die normalen sind oben drüber. Nein, das ist Longwoods, doch. Guck doch. Hast du falsch eingeräumt, mein Freund. Das ist alles nur Long, kannst du glauben. La, 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 la. Tja, da hat wohl jemand seine Arbeit nicht richtig gemacht. Andrea, bitte guck in dieser Kiste rein. Ich bin doch nicht doof. Beams. Hier ist ein Short. Short Woodstock, hier. Dritter von rechts. Oben. Dritter von rechts oben. Tatsächlich, alles klar. Aha, bitte wiederhole es. Nein, Entschuldigung. Geißer. Scheiterhaufen mit dir. Scheiterhaufen. Einmal verbrennen. Und dann kannst du wiederkommen. Willkommen, Sabutai. Willkommen. Dann können wir jetzt zu zweit verbrennen. Da, in der Wand ist der Trend. Ach, okay. Hier in der Wand. Komm raus. Die ist aber schön gebaut, die Ruine. Die gefällt mir. Wir haben hier noch einen. Ja. Der, der an der Mauer, der gehört mir. Den Stand ist da nicht. Ich auch. Oh, scheiße, ich habe Rauchgift. Ah, geht. So will ich was sehen. Wenn du mich raus, Andrea, dann werde ich bestimmt sterben. Ich habe das gesehen. Ich wollte dein, ich wollte dein Leiden nur ein kleines bisschen verkürzen. Ach, du bist so lieb zu mir. Leben. Hier ist Leben, hier ist Leben, hier ist Leben. Leben auf, Leben auf, Leben auf. Wenn wir hier runter... Geht nicht, Inventar voll. Fühlst du uns in den Tod, oder was machst du? Warte, warte. Ja, wir sind doch hierher gekommen. Ich weiß noch nicht, woher. Müssen wir das Lied jetzt aller auswendig lernen? Hm, ja. Wie ist das Lied? Ja, und, äh, ein paar Steine. Gerade ein paar Wildschwane gelegt. Ich habe fast jetzt mein Baumhaus schon angeschaut. Ja, habe ich schon gesehen. Ey? Auch diesen hässlichen Steineweg habe ich auch gesehen. Ey. Hala, 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 hala. Boah, scheiße. Hörst du wohl auf? Sehr ansteckend. Ja, so kommst, ähm, zu, ähm, zum hinteren Eingang von, von, ähm, ne? Hier, Andreas, äh, na hier, wie heißt das hier? Ah, alter Schwede. Schmuckleit-Lädchen hier, kleines Lädchen hier. Da kommst du hin. Wo die Leiter steht. Wo ich gestern am Arbeiten war. Okay, das haben wir nix sehen. Da hast du, da hast du diesen hässlichen Wegchen gebaut. Das hässliche Wegchen. Okay. Folge deinem Weg, dann findest du ewig. Dann zeig ich dir die Truhe. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite vom Wasser. Ich muss noch rüber. Ah, okay. Hab ich gesagt, hab ich rein, Andrea, wird dir ewig dankbar sein. Ja, ist sie. So, das B drücken bitte. Dann bei drei. Eins, zwei, drei. Super. Vielen Dank. Wieder mit Koordination bitte. Ja, der war jetzt nur zum Eingriffen. Okay. Okay. Da konntest du nicht mitnehmen. Wiegt es da, nein. Wiegt es da, nein. Wiegt es da, nein. Jetzt, da. Jetzt, da. Jetzt, da. Jetzt, da. Ich hatte aus Versehen den falschen Zauber in der Hand. Ich muss mich erst koordinieren. Da ist ein Luftschwein. Oder ein Luftwolf. Da steht ein Luftschwein auf dem Felsen. 68, ja. Butt, 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 butt,aiser. Ein Luftschweinchen. Komm, komm. Butt, 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 gut, WATKOMM. Er soll in den Feuertauger mussten wir noch gewöhnen. Willst du mal ausprobieren, Bärs? Nö, ne. Wer hat schon noch dran kommen? Ja, ist gut. Ich bin ja schon still. Noch mal koffen. Oh Gott, das killen. ich habe eingezogen ich hatte den grad ja nicht schlagen jetzt nicht schlagen ja tut mir leid das war ein reflex und noch mal du hast es dann du musst nicht weg um dich herumfliegen laubblätter zwei kann ich nicht ja aber die haben ja alle anderen haben ja auch stand ich halte ihn ich halte ihn ach so ein moment habe aus versehen den den chef erwischt ja entschuldigung dass er es sollten denn hier weiter raus locken er muss ja auch mal ins target kommen noch der ist so schnell gestorben wie kann er es wagen so schnell zu sterben muss bis auf vier fünf meter warten bis ich habe das gleiche kann ich mir nicht vorstellen ich habe eine schnelle leitung also ich muss das gar nicht feuer 2 1 go dann siehst du hinter der brücke links nein ich habe die kamera und ich habe aufnahme und ich habe also du fährst geradeaus bis oben auf die holzbrücke ja auf der holzbrücke oben und dann guckst du links in die ecke da hinten ist so eine ecke da stehen drei stück oben oben ja ja oben stehen da genau genau in der ecke drinnen ja ich habe mich schon gesagt hinter der brücke links und hallo gut gas und tag die herren wir tun die nichts ich habe doch nicht gepult das gute fleisch war alle was sie sterben sie soll elendig zugrunde gehen ich habe gestand ich habe gestand ich habe gestanden ist laufwerkstatt ich habe gift das ja ist das ja darf ich jetzt den pool angucken das wäre schön ja ich habe jetzt muss jetzt erstmal kurz ein foto machen wir laufen dem sonnenuntergang entgegen ist das nicht er meint mich er meint mich er ist tut mir leid ich habe natürlich kann es doch nicht ändern außerdem bin ich dir mit dem brustpanzer also wir besorgen dir einen ganzen panzer ja ich möchte gerne so einen schönen glänzen denn wenn man schon mal hier ist ich von oben hin nach unten im blech gekleidet chef du hast ja heute einen prächtigen prügel da über der schulter ja ja habe ich schon gesehen ihr seid weg ihr seid weg aber wirklich alle weg da bisschen gruselig nein der war doch oben bei den weiden das leben ist auch weg ja scheiße hat mich erwischt nicht unsterblich auch mit feuer ja 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 ich habe jetzt habe ich gerade nicht drauf gedacht ich habe noch versucht weg zu laufen wieder ein ein vorbote für gute koordination heute ja irgendwie hat er eine differenz gehabt mit dem bären ja aber man jetzt müssen wir uns ja wieder benehmen wer hat ich finde deine deine spezial schlag drehungen sehr elegant ja wird getroffen habe ich nicht also aber sah aber sehr gut aus ja 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 zu drücke gehen mit dem aufwand zick-tack zu laufen da kriegt man ja leckrige marsch ja natürlich deswegen 2,1 ne 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 oh der geht kaputt er geht kaputt er geht kaputt er geht kaputt wartet mal kurz ich muss mich halten ne das war jetzt gerade das was ich verdrückte das war Dekoordination er hatte ganz tolle knochen im sinne schmeiß sie mal raus wer will ich sinne der hier am baum ja ja komm komm noch ein bisschen was der weg darf bitte ja ja ich bin ja schon weg nicht hauen nicht hauen ich habe ein gestand aber das sind so viele jetzt sind ja 5,6 oder 6 stück das ist vorbei das sind noch mehr 7 oder 8 sind das der sieht aus wie bei uns zuhause hier ne der ist zum Hexenmeister komm holen wir uns oh da hier sind sie vor uns sind sie lost soul warte ich hole den mal ran so ist es dann so jetzt ein bisschen zurück Entschuldigung ich habe ihn wieder ich habe ihn auch zurück zurück die Schritte zurück Feuer bereit 2,1 Feuer rohr ja so jetzt geht er langsam kaputt apreia heb mal auf was er drauf ist das glaubst du mir nicht das glaubst du mir nicht Kohle ja nee ja ja Fabian! Alles gut! Halt er wieder! Halt er wieder! Ah! Mal! Die sind doch... Also noch... Ah oh! Ne! Das ist wieder diese... Das ging ja richtig gut! Ja! Der ging doch gut! Und? Der hat gar nichts getroffen! Der hat nichts getroffen! Nichts! Nichts! Gar nichts! Gibt's doch nichts! Das ist doch ein Witz, oder nicht? Komm, gib das Häubchen her! Ja! Gib! Gib das Häubchen her! Wo jetzt? Wo ist es? Ja, aber... Jetzt! Am Boden! Ah, da! Okay! So, warte, bleib stehen! Hier hast du das männliche Kettenhemd! Oh, wir haben wieder eine Mark! Sehr gut! Unfassbar, oder? Da brauchen wir die ja auch nicht farmen, oder? Wenn die nichts haben! Ja, dann sollten wir vielleicht einfach mal einem hinterher latschen! Hallo, wir haben Chef einen Drängel dabei! Genau! Nö, bei mir ist das ganz normal! Echt? Hm? Ganz normal! Mir ist so ein Buringien gesagt! Oh, passt du's gut! Das bist du doch gewöhnt, Chef! Oh, ja! Der macht... Der macht böse Auer! Einen Wurm! Den haben wir heute auch schon gehabt! Dann ab zum Arzt! Aber wenn du möchtest, kannst du den an mich abgeben, weil ich werde die vorerst erstmal sammeln! Vielleicht kann man daraus irgendwas machen noch! Oh! Der ist neu! Ja, den habe ich noch nicht! Echt? Also, eklige Würmer alle zu mir! Ich sammle die! Willst du den anfassen? Den ekligen Wurm? Komm her! Ja, dann leg den Wurm dahinter! Fassen wir ihn alle mal an! Das sind meine neue Haustiere! Ich habe einen im Target! Fürs Mesmerise! Achtung! Drei Stück! Einer ist noch hinterm Baum! Den habe ich im Target! Den habe ich mit Mesmerise im Target! Nein! Da sind sie doch! Nein! Warte! Ich will erst den Chef kurz heilen! Komm mal her Chef! Komm! Oh Gott! Aber wenn wir schon mal hier sind! Dann holen wir ein bisschen Stahl! Ich wollte gerade sagen! Wir können auch mal Stahl holen! Doch! Wir kommen ja schon wieder zurück! Wir kommen ja drüben! Sie sind jetzt wieder Viecher! Wir kommen ja drüben! Wir geben einen Würfel! Die sind möglich! Genau! Ruff da! So! Dann haben wir jetzt gewartet! Hat ihn jetzt kaputt gemacht! Immer müsst ihr alles kaputt machen! da wächst ein giftpilz das sollte die spannung steigern hier gibt's flachs wie toll den habe ich ja noch nie gesehen ich bin so alles gibt wenn man schon mal hier sind jung stellt euch mal bitte alle hier neben mich der chef steht ja neben mir ist nicht immer ein bild ja jetzt stehst du vor sabotei glaube ich nicht bewegen ist recht freundlich okay ihr dürft euch rühren wir können nur an den toren raus chefchen sei doch nicht so ein angsthase es ist doch noch gar nichts passiert das sind typen ich schaue mich hier halt mal ein bisschen um vielleicht gibt es hier noch nicht hatten aber das musst du uns sagen nein wir waren schon wieder im wald aber zu dritt diesmal hast du schon Sorgen gemacht geh das allein daran Andrea wo bist du noch im wald kannst du ja lass mich ruhig spielen alles gut nicht 13 sondern sondern 6 geister jetzt wird vorbeigelaufen 6 geister wollen wir den nicht niederhauen 6 geister was machen naja ja wenn ich mich nirgendwo umschauen kann dann können wir auch keinen Stahl finden wenn ihr mal weg rennt rechts welten ich meine Andrea auf 3 oh ich hab ihn gesehen dein dritten baum von links ich hab doch Augen im Kopf ich hab ihn doch gesehen alles gut wir machen ja heute ne ganze Welttour ist ja cool Achtung da ist irgendwas vor uns Pura Inquisitor Pura ja irgendwo ja Ex of Puras wie cool ach jetzt geh mal raus wie die hier so auftauchen jetzt geh mal raus aus dem Feldkopf aber hier gibt es bestimmt noch so viele interessante Sachen zu sehen ja ich hätte gern dieses Schaden genau weiß ich gar nicht machen soll ich Sekunden jetzt gleich raus kommen Soll ich dir ein Nachthemd holen, Sabotei? Oder sollen wir uns auf den Stuhl setzen? Das geht auch. Du musst das Sternchen drüber machen. Das haut dich extra zurück, ey. Schreib mir, sie sind eine Erwachsenengilde. Meine Güte, ey. Bitte, 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 bitte. So, jetzt kommt die Lissi-Faire-Pose. Jetzt brauchst du ein Bett. Ich komm doch grad aus dem Separé. Jetzt bin ich doch ohne Klamotten. Was machst du denn alleine im Separé? Ich guck mir die Hirschbilder an. Ach so. Ach, okay. Naja, das hat ja jeder so seine Vorlieben. Guck mal. Ich hätte gerne eine mädchenhafte Sitzposition. Tja, auch auf dem Hackstock. Okay, kannst dich wieder bewegen. Der nackte Elf auf dem Sisch. Du passt das jetzt, oder? So, jetzt bin ich. Untertitelung des ZDF, 2020